Ich bin der Dario Vitali und arbeite bei GIFAS im Aussendienst, betreue Bünderland Tessin und Klarus. Wenn ich hier ein weites Gebiet habe, z.B. auch in Bünderland, gehe ich früher von daheim raus. Ich bin viel im Auto unterwegs, das ist auch noch das, was mir so gefällt. Ich fahre gerne ein Auto. Ich bin immer bei den Kunden unterwegs. Die Kunden sind eigentlich sehr, sehr gut drauf. Darum macht die Arbeit auch Spass da. Ich bin nämlich auf den Baustellen unterwegs, auf dem Planungsbüro unterwegs, oder sonst bin ich Elektriker unterwegs. Ich mache Kundenbetreuung auf Projekten, Grossprojekten, Kleinprojekten und immer darauf an Gemeinden. Zu meinem Job, wenn man nach Hause kommt, gehört auch dazu, dass man Kontaktberichte schreiben tut. Das heisst, was man bei jedem Kunden besprochen hat, was man geredet hat, was man erledigen muss, was in Zukunft kommt, für Projekte, Arbeiten, wie es läuft. Ich arbeite von Montag bis Donnerstag. Ich bin immer unterwegs. Am Freitag mache ich immer Termine für die anderen Wochen. Viele gibt es sich auch unter der Woche. Während der Arbeit, man bekommt Telefon, und dann kann man die Kunden auch binden, um auf die anderen Wochen oder sonst mal einen Termin zu machen. Morgenmensch. Früher in der Nachtteile gewesen, aber jetzt schon lieber ein Morgenmensch, dann habe ich auch etwas vom Tag. Ich habe lange Fosball gespielt, darum mit Ball, aber auch ohne Ball geht auch. Vortanzen, singen geht nicht unbedingt. Ich bin schon spontan, ich plane fast nichts mehr. Ausser am Freitag, wenn ich Büromaten nicht plane und sonst nicht mehr plane. Und dann immer anders. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020